hallo heute präsentiere ich ein besonderes bariton saxophon marke b und s made in germany bs serie serie medusa handgravid sehr schön mit versilberte mechanik und metal messing und jetzt spiele ich mit sieben stern und dreieinhalb von bohren blauen blauen oder kuchen wir welche passt besser mit mit b-klasse von Doren, Dreihen, Halt, ja. Okay.